Jo, mein Lieben, so, schau, wow, und damit hallo. Herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Skywars mit dem Lama an meiner Seite. Lama? Lama? Ich habe sie bereits erwartet, hallo? Okay. Nein, doch. Nimm dir die Kiste, ich nehm mir die Kiste. Sollte die letzte... Oh, danke, dass du mir die Kiste übrig hast. Du hast zwei Dears, einen Gold-Apfel und eine Ender-Perle. Ich hab auch eine Ender-Perle. Direkt in die Mitte, Lama. Direkt, 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 direkt. Okay, 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 okay. Ich hab aber kein Schwert, ich hab aber kein Schwert. Ich auch nicht. Oh, mein Gott. Ja, das ging aber total in die Hose. Komm wieder zurück, Lama. Lama, Lama. Scheiße, Scheiße. Oh, mein Gott, ich hab keine Blöcke. Ich hab keine Blöcke. Oh, mein Gott, ich hab keine Blöcke. Ich hab keine Blöcke. Lama, Lama, Lama. Spring. Oh, was ein Block, MLG. Oh, mein Gott. Der Typ wird gerade gejagt. Mischen wir uns da ein. Komm, los, 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 drauf, 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 drauf. Ja, 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 natürlich. Okay, okay, okay. Lama. Der hat die einfach gerade so easy bekommen. Alter. Der hat Schneewelle, glaube ich. Nein, der ist in der Falle. Alter. Ich hab mich gerade retten können. Oh, mein Gott, Alter. Was gibt der mir für Hits? Alter. Alter. Lama. 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 Ciao. So. Ja. Seck mich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Lama, nein. Nein, Alter. Was war das? Alter. Sekunde. Und meistens. Bam. Jetzt spring ich rein. In die Folge. Jetzt sehen die. Ab jetzt sehen die Leute immer wieder weiter. Oh, mein Gott. Alter. Ich zeig dir jetzt mal, wie krass ich bin. Zack. Erste Kiste abgebaut. Zack, Alter. Zweite Kiste abgebaut. Zack, Alter. Dritte Kiste. Was, wie die da unten? Dritte Kiste fast abgebaut, aber die kannst du haben. Oh, ich hab ne Dia-Chessplate bekommen. Alter. Lama. Und ne Ender-Perle. Wisst ihr, Leute? Ich bin einfach so der King im Ekelhaft-Spiel in Minecraft. Im Beschwerden kann ich mich da normalerweise eher weniger. So krass. Oh mein Gott. Ich wär fast so fett runtergefallen. Ey. Ping. Beruhig dich jetzt mal. Kack mir jetzt ja nicht hier ab. Okay, okay. Ich mach hier gerade übelste gute Taktik. Okay. Ich mach hier jetzt nämlich hier George auf dem Zungel. George auf dem Dschungel. Über die Bäume drüber. George auf dem Dschungel, okay. Okay. Ja, hol dir doch doch mal die Mixer da. Okay, okay, okay. Alter. Ey, diese dreckigen Hunde jetzt halten sich nicht runtergefallen. Oh Gott. Lama, da kommen direkt welche. Wir müssen in die Mitte. Okay. Ich hab keine Ding. Ab in die Mitte. Du hast keine Ender-Perle? Hä? Ja. Hast du eine? Hab ich nicht. Nein! Ich hab keine. Die gegen die gewinnen wir aber nicht. Ich hab keine. Ab hoch. Ab in die Lüfte, ab in die Lüfte, ab in die Lüfte. Oh mein Gott. Mein Ping. Mein Ping. Oh. Ender-Perle. Ender-Perle. Die ist nicht angekommen. Sie ist nicht angekommen. Oh. Oh. Streets. Das ist die Map, in der wir unseren Erfolg freuen werden. Das ist die Map, in der wir... Was? Streets? Ja. Kennst du die nicht? Jo. Jo. Spink. So, genau. Stimmt. Das war die Map, was wir gerade am meisten gespielt haben. Ich fühle mich hier leicht bedrängt. Oder wir gehen taktisch vor, wie du gesagt hast. Warte, komm wieder zurück. Komm zurück. Komm zurück. Ja, ich bin schon zurück. Wir gehen jetzt zu dem Gegner rechts, weil der ist nicht alleine. Okay, ich dachte jetzt, ich bin klug, aber der ist nicht alleine. Aber wenn die... Der hat eine Ender-Perle geschmissen. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bleibt lieber... Da, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Okay, einen habe ich. Wo ist der nächste? Hat der seine Ender-Perle verkackt, oder was los? Ich muss den Komrut zurück. Ich muss den Komrut zurück. Also ich... Ich weiß es nicht. Okay. Ah, der ist doch da. Der ist doch da. Okay, der hat seine Ender-Perle verkackt. Hammer. Der hat seine Ender-Perle verkackt. Wie kann man seine Ender-Perle auf der Map verkacken? Ich check es nicht. Nein! Angriff! Der baut mir zu schnell. Komm her. Komm, Lama. Der baut mir zu schnell. Ist er hier? Mohamed, 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 Mohamed. Kämpfst du? Der ist um auf dem Dach. Der ist um auf dem Dach. Achtung, Achtung, Achtung. Der ist um auf dem Dach. Ja, ich sehe ihn, ja. Hä, wo ist der? Was ist das denn für ein Lellek? Er hat eine Hasenpfote? YouTube. YouTube. Hallo, seid ihr wieder da? Habt ihr jetzt wieder eingeschaltet? YouTube. So, okay, ich hör mal auf hier. Okay, ich nehm mir die Kiste ganz hinten. Ja, ich nehm mir wieder die Kiste, TNT, ja, im Haus. So, ich dann, dann mach die oben. So. Eine Ender-Perle. Zack, zack. Ich find das immer schön, dass wir hier so eine, ich bin so dumm, dass wir hier so eine schöne Schutzzeit haben. Ender-Perle. Oh, werf die nicht noch, noch nicht, okay? Noch nicht, Lama. Ja, komm, wir bauen uns direkt in die Mitte. Wir bauen uns direkt in die Mitte. Hier. Kommt der Welcher? Ja, 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 da kommen wir hier. Komm, wir sind hier ins Haus, komm, wir sind hier. Alter, du machst mir hier Druck, 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 Druck und entspann dich jetzt, Lama. Der kommt gleich nach. Okay, die nehmen es mit der nimmt mit so der nimmt mit uns nicht auf weil der schlecht ist sie kippt ist er komm Da hinten habe ich einen gesehen ein name tag der will sich auch zu uns bauen. Okay die klammer damit sich das ding da oben Okay, da ist ein team Erstmal ich hab dir fast meine ganzen blöcke Oh mein gott so bei den leute falls ihr euch fragt was ich für ein krasses texture pick drin habe des lamas an die macht texture pack Link ist nicht in der beschreibung Der hat so auf dich abgesehen Ich habe ihn bekommen was hat er gehabt ein feier ist das trank den ich auch Du kriegst hier mal du kriegst mal die her hier die her die her die her aber ich habe ihn ich habe ein gutes gefühl bei der runde dass wir die Ja über uns ist einer und zu seiner schon wieder aber ich will mir die kiste im haus schnappen in diesem Mein gott alter der hat mir so so viel schaden reingedrückt Alter der mich viel schaden reingedrückt. Oh mein gott lama Ja ich esse einen goldenapfel kurz Ey Der das ist ja Dass ich Da kommt er da kommt er da kommt er da kommt er Ich Ich gebe ihn jetzt Ich gebe ihn jetzt Ich gebe ihn jetzt Nein Alter wie weit hat er mich weggehebt Wie weit hat er mich weggehebt Wie weit hat er mich weggehebt Lama bist du tot 30 Kilometer geflogen Ja ich bin auch tot Mann ey Aber es war eine gute Runde Ja Okay Runde zum abschluss Das war eine schöne runde zum abschluss Leute und dann würde ich einfach mal sagen das soll es vom Video gewesen sein Wenn es euch gefallen hat dann lasst eine Bewertung da Schaut bei LamaTV vorbei Der ist irgendwo unten in der Beschreibung in der Endcard und auch in der Infocard Ich weiß es nicht Ganz unten Je nachdem Also dann würde ich einfach mal sagen Haut rein Machs gut Und Ciao Ja 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 Ja